Willkommen zurück zu Roschador Waria 2 mit dem Klaas Halt Und jetzt schau mal erstmal, ob du beitreten kannst, liebe Ich mach mehr Spieler für eingeladene Freunde, zwei Spieler Sonst noch was? Wer will wangen? Oder ist das eine schwierigere Schwierigkeit? Das ist die vorletzte Die vorletzte Wer will wangen? Oh, wer will denn wangen? So, wir waren glaube ich bei der Einen Dämonen Göttin, ne Göttin war es ja nicht, nur Dämonen Ich weiß gar nicht, wie sie Ach, der da war das Ach, der da, ja Bist du gerade beim Larry und kaufst wieder ein Du Schlingel Ist da Ah, genau Ne, ich hab was lustiges gefunden Was lustiges Außer die Waffe, die Marvin heißt Gibt's da noch was? Marvin Äh Du hast bestimmt noch den Marvin So Ja Ich hab ein Was ist das? SMG Äh Mit unendlich Muni Bitte was? Das ist ganz cool Ich Äh, ja 100% Chance auf Gratis Magazin Ach, das ist schon nachgeladen Ich hab ne neuen Granatwerfer Wie heißt der? Mit bisschen Power dahinter Gibt's, wie viele Waffen gibt's denn eigentlich? Kommen da noch mehr? Warte, warte, warte Würmse Anthem Erste, es gibt nen Haufen So Dann hab ich Ah, läuft Äh Äh Neue Lingen Und Neue Schwer Und Nur So Du leckst wieder ein bisschen Aber ist mir egal Ähm Wie war der? Äh 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 Jetzt bin ich unter Druck So Wie ist die? Creeper ist da Bereit dritt über das Hauptmenü Bei ihm, ähm Fack gerade Twitch ab Also Ich hab ne neue Methode Zum Aufnehmen Wem's noch nicht aufgefallen ist Das läuft jetzt alles auf 60 FPP PPS Das P steht für Pornös Und Ehrlich gesagt Das läuft flüssiger Meine CPU ist weniger Ausgelastet Als mit 30 FPS Und ich weiß gar nicht Wie ich das geschafft habe Und ich hab jetzt eine Bitrate von 15.000 Und nicht von 8.000 Ist auch schon fast verdoppelt Oh Wie macht er das nur? Wie macht er das? Das Das geht doch gar nicht Das gibt's doch gar nicht Doch Bei Roller Hm Ah Ich muss noch meine Facecam Ein bisschen nach rechts Verschiebe sicher So Gehen wir mal wieder rüber Sieben alles Ja Sieben alles Ich warte auf dich Ich hoffe Sandro kann beitreten Weil er leckt gerade wieder So richtig Wie ein Stück Scheiße Also gerade Das war schon mal schlimmer Ehrlich gesagt Das Da oben sind diese Prüfungen Und ja Anstehende Mission Ich drück mal Ähm B-b-b-b-b Ne Äh Was muss man drücken Um Mission zu öffnen? I Nee Nee Das Inventar Missionen öffnen Herr Sandro ich höre dich gerade nicht Soll das so sein? Ja Okay Nee Erst wieder Achso So Lüleri Kommen Sie mal her Was verkaufst du denn? Blatt mir Rachen wir mal an Mit da Nochmal Äh Freundesliste Wo ist er denn? Ich lasse jetzt einfach mal Mr. 4 sein Ich habe nochmal drauf geklickt Ich habe auch ein Zweispielerspiel geöffnet Ah ja Was mir aufgefallen ist Ich müsste mich beim Beim Rundumschlag Muss Kannst du dich ja noch mehr drehen Mit der Wenn du dich mit der Maus noch mehr drehst Beim Rundumschlag Dann dreht er sich öfters um Ist dir das schon aufgefallen? Okay Also nicht nur Nicht nur Ähm Die Maus Stehen lassen Sondern Beim Rundumschlag Und wenn du jetzt nach links machst Die Maus noch ein bisschen nach links ziehen Dann dreht er sich Noch ein bisschen mehr Ist mir aufgefallen Ja Aber dann kommst du nicht da raus Wo du hin willst Finde ich Gut Dann warten wir noch auf den kleinen Stinker Und ich schau mal was der verkauft Eilekern der Hexerei Bewegungstempo plus 6,3% Beschlagene Munition Ohne negativen Effekt 10% auf Schaden Meine Veränderung wurde getrennt Weil mein Anschluss zu langstemm ist Ja Ja dann Dann Ähm Du kannst erstmal das Tor spielen Wieso spielen? Ich will nicht allein spielen Ich glaube das kaufe ich mir einfach mal Hier so Gönnung So ich komme später wieder Ich probiere es nochmal Wie du willst Aber ich glaube Du hast nichts Gutes Gutes Mhm Ähm Du hast Habe ich gesehen Ja Was ist das denn? Habe ich mir das auch gegönnt Was für ein Ding? Nehmen Das ist mein geiler Bogen Mit seinen Triple Pfeilen Die dann explodieren Wo man keinen Ton hört YOLO Das war die Schrotflinte Die neue Ähm Das war der hier Genau Das war meine Giftwaffe Ja Ne Läuft grad Ich warte noch auf den Sandro Das war die hier Dü 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 Eisdolche Klasse ist mir spielbar jetzt Geht doch Ich hoffe Ich hoffe du bleibst lange hier Ganz lange Guten Tag Hallo Okay Gehen wir kurz hier durch Jetzt sind wir ein bisschen rum Ja Ja genau So Die bei dem hier Beim Guzu Haben wir schon alle gemacht Oder? Und ich bin glaube ich Dereht Ja Ja Du machst alleine Erstmal Oh Oh Ich spiel nicht alleine Oder was warst du In der Zeit? Spielst du auch ein bisschen? Ich spiel auch ein bisschen Okay Aber lass mich nicht alleine Hier im TS Ähm Im Discord Ok So Und schnönerst bit ma weg Alle Sackbrädie Nein, aber ich bin Frag, muss da mir bei dir Baiting, ha? Scandalous You cannot allow these photos to get out Her reputation Is already slutty enough? Enough talk Okay, okay, fine But I expect to be paid entirely in sexy money None of that been frequent stuff Guy looks like a potato in a wig Please just hurry So, also ich war gerade in der Zwischensequenz Und du hast schön reingeredet, aber mach nichts Ich mag dich trotzdem Ist eigentlich jetzt ein neues Event Gute Frage Also jemand hat Amiona gefilmt während sie badete Schnapp dir diesen Perverse und hole auch die Bilder Okay, Amiona wurde gefilmt Äh Die Frage ist, wenn ich dir beitrete Sind wir genauso weit wie jetzt? Nein Ja Ja, 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 ja Du konntest was suchen Also Amiona hat den Badet Ich bin, was du willst Alles klar Und wer filmt denn bitte so etwas? Ikit! So Ähm Soll ich dich nochmal einladen? Nee Das bringt glaube ich nichts Ja, bei deinem Internet ist echt Hopf und Malz verloren Okay, also willkommen zu Shadow Warrior 2 Singleplayer Sandro ist abgehoben Er will einfach nicht mehr mit mir zusammen spielen Er hat mich Scheiße Ich hasse dich So Ähm Warte Ich weiß gar nicht mehr wie man sich teleportiert T-T-T-T-T T-T-T Also was haben wir denn hier noch für Missionen Das ist die Story Mission Freier Kunden Freier Kunden Freier Kunden Freier Kunden Okay, das ist nichts mehr hier Alles frei erkundbar Okay Badebänder Teil 1 Ähm Jemand hat Amiona gefilmt während sie badete Schnapp dir diesen Perversen und hole auch die Bilder 20.000 Credits Ein Skillpunkt Triade und das Biest Starten Muah Gut Ja, toll Vielleicht wenn ich dich jetzt einlade im neuen Gebiet Ich bin grad schonmal bei einer Prüfung Achso Der Sandro gönnt sich Ich muss dir irgendwie ein Zeichen geben, dass ich grad in der Zwischensequenz läuft, damit du nicht reinlaberst Oder ich sag einfach Schnauze Was hältst du eigentlich von dem neuen Resident Evil? Ist das ein Multiplayer oder? Nein, nein, reines Singleplayer Einzel Reines Singleplayer Aber das Alter, mit einer Brille das zu spielen, das wär bestimmt saugeil Das heißt, das ist ja wie Outlast Hab ich gehört Mehr als nur wie Outlast Das ist ähm So, wo bin ich denn jetzt hier? Badebänder Teil 1 Hier leuchtet irgendwas Bling Achso, das ist der Speicherpunkt Da liegt Manni Wie viele Skillpunkte hab ich denn? Sechs Skillpunkte zu verteilen Schattenzorn Stufe Stufe 5 Du hast recht, ja mit dem drehen Es funktioniert Ja genau Die Frage Wie macht man nochmal seine Ulti an? Schattenzorn Maus 4 Ach ja genau Wow, da war doch was Aus 5 hab ich's hingelegt Muss ich mal ausprobieren Da läuft irgendwo Geld hier Oh, verlaufen Allein bin ich halt ein bisschen aufgeschmissen Die ganzen Viecher hier Keine Ups, 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 Ups Ups, Ups Treffen ich nicht schlecht Ganz ein Stückchen Ich brenne Oh fuck Mal ganz kurz heilen Ich glaube alleine ist es leicht Treff mich schlecht So ich muss mich wieder rein finden hier Jetzt weg Oh fuck Heilen, heilen, heilen Killen, killen, killen Ja warte ich schau grad die Waffen durch Warte kann ich hier irgendwo Wo ist mein Ding hier Den kann ich auch hier platzieren So Jetzt kommt noch mal die Miligun Ich bin fast wie so ein Sniper Ey Jetzt mit der Buh Ingeowej Und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du du du, der ist auch noch ein bisschen länger der Kampf hier, ach quatsch, vielleicht weil ich auf zwei Spiele angestellt habe, weiß es nicht Nein, fuck it Aber jetzt kommt noch, immer schön Kramer, das Kramer muss fließen Oh ja Der Fetzer Clip immer noch Alter Das ist nicht so gut So Der da nervt Und der Dicke, der nervt auch Nicht einquetschen hier Wer will wann Vanni, Vanni Ach, der liegt auch noch Schieß Wer kommt denn da noch In den Arsch gepumpt hier, die Scheiße So, jetzt habe ich keinen Bock mehr Ach, Scheiße Hier Meine Scheiße, ich habe gerade kaputt hier Autsch Haben eine Glocke geflogen So Hat er gar nicht lange gedauert Bin jetzt fertig Leg dich mal hin So Ach, ich habe eine Karte bekommen Eins mit der Natur, man gewinnt die Fähigkeit seine Gesundheit automatisch zu regenerieren Puh, lol Oh, ein Glücksgeks Oh, ein Glücksgeks Oh, was war denn Dardrin, Sokrates Was? Hauf rumzuzucken Äh Hast eigentlich so einen Streamen möglich, Karate-Kids getauft Hehehe 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 Ja, aber ich spiele allein Lol Merkste was? Darf er das? So, wo muss ich denn hier hin? Ähm Am, am, am Ach ja, Skills Dieser Skill sich automatisch zu heilen, hört sich doch ganz gut an Wo sind die? Oh, ja In der Tat Autoheilung Ist der hier drin? Man hat die Chance dem Tod zu entrinnen Wenn man einen Feind tötet Den muss ich auch mal skillen hier Zack Dauer 5 Sekunden Beschaden, wenn aktiv 50% Die Heilungswerte aller Medikids werden erhöht Lebensregeneration maximal 20%, pro Sekunde 0,5% Ah, cool Zack Erstmal Lebensrek drauf Und Hm Steigert die Heilungsrate von, äh, Heilungswerte von Medikids Aller Medikids Jetzt kann ich auch noch mal eins hochballern So Ich stehe auf Sustain So Äh, da ist noch irgendwas Auf dem Dach? Ne, dahinter Sustan Oh Angloidia Hey Sandro Psst, psst Psst Ich probier da mal was, aber das ist crazy Ne, ich brauch grad ne Mission, alter Achso Ich brauch KG Okay Ah, ja dann Muss ich dann mein Spiel jetzt auf Singleplayer umstellen oder nicht? Bekomm ich jetzt hier die ganze Zeit Weekend 3, later on Okay Da seh ich einen Hasen Never change a working system Okay Äh, Kiste, Kiste hier Oh 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 Oh, komm nicht über So Ah, dass ich Munitionsstart höre, die werd ich mir auch noch schnell Äh, ne Ich Ich färsch mich an meine Beute ran Ah ja Select Mach mit dir Auch mit dir Okay, da hinten seh ich da wieder Schlawine rumlaufen Ich hol meine Kleine hier, Rose Wo sollen wir den hier alles Mensch So Palöle Kann doch mal durch hier He 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 Shit Hua, schau mal Du war ja hier doch auch so weit, ja Huparie, oh Oh, was? Da ist er Ob ich bin Das ist krabbsspinnen Hu Geh mal rein Geh mal rein, Glosser Oh, da ist einer Haha Hüßchen zerlegt hat Zack In der Luft gefickt Die kleine Amade Kann ja gar nix Zack Hu Hu Wu Ocho Dann sieht einfach alles gleich aus Hm Ich weiß ja nicht Haha Ich habe das Spiel ja mitgemacht Jetzt mal heilen Oh oh Herkulon? Was ist denn hier für einer? Ratten! Spinnen! Spinnen! Level ab! Chinon! Ich glaube, man kann den Gegner finishen, wenn man eh tippt und vor ihm steht. LOL. Das wusste ich noch nicht. Nur zu lösen ist es bei manchen. Da könnte man aufhören, mich einzukreisen, den kleinen Ficker. Ich bin nicht aufhören. Sonst noch jemand? Seid das eigentlich Max schon im Spiel? Weiß ich nicht. Aber da müsste auch so Level 60 sein. Hätte ich gedacht. Konnichiwa! Na komm her, Diggy. Was ist das? Ach so was? Eigentlich liefst Lolle. So, ich seh einen Hasen. Ich schnetze mich durch. Wo ist er denn, der Hase? Da ist der Hase. Komm zu Papa. Ich darf jetzt ja voll präzise. Okay. So, hier muss ich lang. Gibt's hier oben noch was? Ich nehm noch ein bisschen Geld. Oh, hier hast du Liebe angesagt. So, hier hab ich auch noch nicht gelootet. Oh, wer ist das denn? Alles klar. So. Ich muss die Richtung, ne? Alles klar. Ich hab Liebe mit denen gemacht. Wer ist denn, Hase? Oh. Nicht mal Shadow Warrior. Das ist lustig. Ja. Lol, tot. Want some wing? So. Ah, ja. Einmal Loot. Loot. Und... Sword Art of Ice Kick. Der Startplatz. Ich muss hier runter. Bäh. Hm. Ich hab den Batterie gefunden. Guten Tag heißt das hier. Oh. Oh, fuck. Äh, wir haben zur ganzen Sitz hier, hier so rum. Oh. Wo bin ich? Ja, dann haben wir das Ding. Ich hab mit dir. Nice. Hasi. Hehehe. Guck mal, ich rutsche. nur das. Boah. Da lebt noch einer. Tschüss! Na ja, wirst du denn? Äh, da liegt noch was. Da liegt noch was. So. Wo ist der Spanner? Auch einmal speichern. Hm? Toll. Wo ist der Spanner? Was voll? Kann ich nicht. Da laufen noch Beine rum. Also die untere Hälfte werden schiffen. Lol. Da bin ich. Da bin ich. So, sonst noch jemand? Okay, kann man ja. Wer ist denn hier? Oh, gleich kommt eine bestimmte Zwischensequenz, oder? Wer bist denn du hier? Kurz mal leise sein. Ich bin. Ich bin. Ich bin.